Salut, salat, salatralala. Dabei geht's heute gar nicht französisch zu. Was sind das für Geräusche? Hat jemand Schmerzen? Ja. Dann kriegt jemand ein Kind. Egal, erzähl ihnen worum es heute geht. Ich weiß noch. Geht's dir gut? Hallo? Ach, Leute. Ja. Scheinbar scheint eine Spielung zu reichen, dann ist es in Ordnung. Leute, ich hab euch mal was vorbereitet. Oh. Sehr aufmerksam. Lecker. Durchaus. Cremig. Das ist lecker. Das soll doch oben spielen. Ja, Leute. Und als nächstes könnt ihr mal den schlicken. Guck mal, die essen sie auch Schokoladenmus. Schokomousse ist lustig. Guck mal hier. Wie heißt er? Heimlich, bitch. Oh, mein. Viel Spaß. Oh, nein. No, I'm good. Ich hab's doch gar kein Mais gegessen. Ich hab's doch gar kein Mais gegessen. Er hat in meinen Mund gehintlert. Kills wieder. Ist das Blut oder Kacke? Okay. Scheiße. Heute geht es um den 2007er Klassiker aus dem Porno. Independent-Bereich. Independent-Bereich namens Hungry Bitches. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich als Kurztrailer auf verschiedenen Videoplattformen als Two Girls One Cup. Ja.